Hallo und herzlich willkommen bei Springseilpower bei Werde Fit mit Seilspringen. Heute bereits mit dem achten Seilsprung, dem sogenannten Half Twister. Half ist also halbe Drehung. Würde dann so aussehen. Füße zusammen. Ist natürlich viel Übung notwendig, weil ganz so sauber kriegt man das mit dem Springseil zum Anfang nicht hin. Und so oft springe ich den auch nicht, aber du weißt zumindest, womit du üben kannst. Wir beginnen wieder mit dem Bounce Step. Du siehst also, etwas sauberer nach links und nach rechts schwingen. Das ist mal eine richtige Übungssache, deine Aufgabe. Wenn du das schaffst, 120 dieser Seilsprünge zu machen, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video bei Springseilpower.de. Bis dann und tschau.